Die Gerüchte um Mittelfeldstar James Rodríguez vom FC Bayern reißen nicht ab. Immer wieder wird der Kolumbianer mit einem Weggang aus München in Verbindung gebracht. FCB-Vorstandsbus Carly-Heinz Rumänichke äußert sich nun zu den Spekulationen rund um den 27-Jährigen. Nein, wir haben noch überhaupt keine Entscheidung getroffen, sagte Rumänichke im Gespräch mit Medienvertretern der ATS, BILD und TZ. Er ergänzte, er hat mich um ein Gespräch gebeten, das haben wir aber noch nicht geführt. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir es führen und dann weiter sehen. Carly-Heinz Rumänichke über James, ich mag ihn. Rumänichke, der sich bereits vor einigen Wochen als Fan des Edeltechnikers geoutet hatte, erklärte weiter, ich mag ihn. Das habe ich immer gesagt und dabei bleibe ich auch. Die spanische Maka hatte zuletzt berichtet, dass ein James-Abschied beschlossene Sache sei. Demnach hätten sich die Bayern-Verantwortlichen darauf geeinigt, die Kaufoption über 42 Millionen Euro nicht zu ziehen und den 70-fachen Nationalspieler stattdessen zurück zu Real Madrid zu schicken. In der spanischen Hauptstadt besitzt James noch einen Vertrag bis 2021. Eine Zukunft soll er über in stimmenden Medienberichten zufolge aber unter Trainer Zinedine Zidane dort nicht haben.